Servus liebe Freunde der geflickten Northland-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Es war ein bisschen überraschend heute, denn Gaijin hat heute offiziell das Sommer-Event für dieses Jahr bekannt gegeben. Operation Summer 2020 heißt es in diesem Jahr, vielleicht erinnert ihr euch noch, letztes Jahr hieß es Operation Heat. Und wir machen kurz einen Exkurs, im letzten Jahr gab es sechs Fahrflug- bzw. Seefahrzeuge zu erspielen, unter anderem bei den Panzern den BT-7 mit der F-32-Kanone und den Aubel 74 HVG bei den Italienern, also der mit der High-Velocity-Gun. War eigentlich ein ganz schönes Event, die Fahrzeuge waren ziemlich interessant, die Flugzeuge auch. In diesem Jahr wird es, finde ich, auch wieder, ja doch schon ziemlich interessant. Es gibt wieder zwei Schiffe, zwei Panzer und zwei Flugzeuge zu erspielen. Zusätzlich dazu könnt ihr auch noch Decals erspielen, 3D-Dekorationen und auch Tarnungen für die entsprechenden zu erspielenden Schiffe bzw. Flugzeuge. Kommen wir jetzt aber erstmal zu den Fahrzeugen, die man hier sich erspielen kann in Operation Summer 2020. Die beiden Schiffe, ich mache nur einen ganz kurzen Exkurs dahin, auf Rang 2 bei den Italienern, Premium-Schiff wird es werden, die Freccia P493. Bei den Russen wird es die Maxim Gorki von 1941. Rang 4 ist hier ein Event-Fahrzeug, hat also keinen Premium-Bonus. Bei den Fliegern wird es für die Deutschen eine Arado 196A3 geben, also ein Wasserflugzeug, Rang 1, auch hier Premium-Flugzeug. Bei den Amerikanern, und ich glaube, da werden viele der Piloten sich freuen, wird es eine F11 F1 Tiger geben, Rang 6. Auch hier kein Premium-Bonus, ist ein Event-Fahrzeug. Und bei den Panzern, da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich einen recht interessant, der andere wird einfach nur nice to have sein und mit dem fangen wir auch an. Das ist der IKV 73 bzw. der Infanterie-Kanonenwagen 73 und mit IKV wisst ihr schon, um welche Nation es sich hier handelt. Und ihr seht es auch schon, ein schwedischer Panzer, Rang 2, wird auch ein Premium-Fahrzeug sein. Ihr seht das auch schon, ja, kommt einem irgendwie bekannt vor, das ist richtig, auch wenn das ein IKV 73 ist, ist es ein Street-Wagen M42 in der Version EH. Unterschied hierzu, man hat vorne das Bug-MG rausgenommen und die Schweden haben dann damals einfach eine Selbstfahrlafette draus gemacht für die Infanterie-Unterstützung. Hat eine 75mm-Kanone, ja, ist ein nice to have, Rang 2, Premium-Fahrzeug, ja, kann man sicherlich ein bisschen Spaß mit haben und auch die ein oder anderen Silver Lions mitsammeln, wenn man das Ding in der Garage dann stehen hat. Viel interessanter finde ich allerdings dieses Gefährt hier, das ist der Leopard C2A1 und ihr seht hier auch schon, er hat eine Zusatzpanzerung und auch die ist euch auch schon bekannt, denn wir haben sie im Spiel schon bei den Schweden, beim Street-Wagen 122, es ist die Maxas-Zusatzpanzerung. Die Kanadier haben sich damit ihre, oder ein Teil ihrer Leopard 1er, ja, quasi Kampfwert steigern lassen und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze sich dann im Spiel auswirken wird. Beim Street-Wagen 122, also beim schwedischen Leopard 2A5, funktioniert die Maxas-Zusatzpanzerung relativ gut, zumindest als ich ihn das letzte Mal noch gefahren bin, da funktioniert sie noch ganz gut. Ist jetzt natürlich die Frage, ob die Maxas jetzt am Leopard C2A1 gleich sein wird oder ob es einen Unterschied gibt im Sinne der Generationen, der Entwicklung der Maxas zum Street-Wagen 122. Aber auch das werden wir alles sehen, leider ist in dem Text dazu nichts vermerkt, ja, inwieweit das eine bestimmte Maxas-Generation ist, ist ja prinzipiell eigentlich jetzt auch erstmal egal. Ihr seht es auch schon vorne, der Gun-Mäntel ist damit geschützt, die Turmseiten und der vordere Teil der Wanne bis ungefähr, ja, also richtig geschützt bis ungefähr zu drei Viertel des Turms hinten und dann noch ein Stückchen weiter darüber hinaus bis zu den Abgasschächten hier hinten. Also ich finde den ziemlich interessant, er hat zwar weiterhin nur eine 105mm Kanone, deswegen bin ich mal gespannt, wo der Leopard C2A1 landen wird. Ich schätze mal irgendwo so im Bereich zwischen 9-0 und 9-7, wenn ich jetzt mal raten müsste, also entweder 9-0 oder 9-3, würde ich jetzt mal behaupten. Denn ich glaube, er ist für den wirklichen Top-Tier-Bereich, also für 10-7 ist er nicht wirklich geeignet. Da kommt es natürlich auf die Munition an, kann natürlich sein, dass er eine DM-33 bekommt, weiß ich allerdings nicht. Da gibt es auch keine entsprechenden Hinweise dafür. Ähm, Gaijin sagt nur, dass man sich mit diesem Fahrzeug ein schönes High-Tier-Deck zusammenbauen kann. Ähm, ja, muss man halt eben einfach mal sehen. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass der Leopard C2A1 mit der Maxas auf Rang 6 landen wird. Also wird er definitiv irgendwo in dem Bereich ab 9-0, denke ich, landen. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, 9-0, 9-3, 9-7 fände ich schon ein bisschen heftig. Äh, muss man aber dann einfach mal abwarten, wo er dann letztendlich landen wird. Weil ich glaube nicht, dass die Maxas Zusatzpanzerung ihm so viele Vorteile verschafft, ähm, dass man ihn auf 9-7 matcht. Aber auch hier einfach mal abwarten, das wäre jetzt alles entsprechend nur Spekulatius. So, jetzt kommen wir nochmal dazu, wie funktioniert denn das wunderbare Event? Gleich nochmal vorab die Info. Wer noch nicht in die Infobox unten reingeguckt hat, ähm, schaut rein. Ich habe euch den Link zu der News in die Videobeschreibung reingepackt. Es wird wieder ein Aufgabenevent werden. Und ich finde diese Aufgabenevents, finde ich ja immer ganz besonders gut. Ähm, ich mag die. Die sind wesentlich angenehmer zu spielen als die Bau-Events. Ich werde das auch jedes Mal wieder sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich da. Ähm, die einzelnen Aufgaben könnt ihr auf der Homepage entsprechend nachlesen. Es geht wieder darum, Sterne zu sammeln. Ähm, wie es halt eben auch schon beim World War Event beim letzten jetzt gewesen ist. Ihr müsst Sterne sammeln. Und innerhalb dieser Sterne gibt es immer 5 Aufgaben. Von diesen 5 Aufgaben müsst ihr mindestens 3 Aufgaben erfüllen, um einen Stern zu bekommen. Alle 2 Tage werden die Aufgaben für einen neuen Stern aktiviert. Und der ganze Spaß geht quasi wieder von vorne los, sozusagen. Ihr braucht, ähm, ich rede jetzt da mal für die Aufgaben der Panzer. Ähm, bei 3 erspielten Sternen bekommt ihr einen Gutschein für eine Waffendeko. Bei 5 erspielten Sternen gibt es den IKV 73. Bei 6 erspielten Sternen eine Tarnung für den IKV 73. Und auch nochmal zusätzlich, ähm, einen Gutschein für nochmal eine Waffendekoration. 9 Sterne ist ebenfalls eine Waffendeko. 10 Sterne, da bekommt ihr den Gutschein für den Leopard C2A1. Also, um den dann einlösen zu können. Bei 11 Sternen kriegt ihr eine Tarnung dazu. Und bei 12 Sternen, äh, auch wieder einen Gutschein für eine Waffendeko. So, das bedeutet also, 5 Sterne müsst ihr erspielen für den IKV 73. Und 10 Sterne müsst ihr erspielen für den Leopard C2A1. Schafft ihr das jetzt mal nicht, äh, einen Stern zu erspielen, dann könnt ihr natürlich, äh, diese Sterne mit Golden Eagles auch wieder entsprechend nachkaufen. So, wann geht der ganze Spaß los? Los geht's am 7. August um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und das Ganze geht bis 31. August, 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ja, nicht wundern, in der News unten steht 11 Uhr GMT. Und wir wissen ja, ne, GMT ist, äh, sind zwei Stunden bei uns draufgerechnet. Also, 13 Uhr am 7. August bis 13 Uhr am 31. August. Ihr habt dann auch nach wie vor immer noch die Möglichkeit, ähm, selbst wenn das Event schon vorbei ist, ähm, noch quasi Tasks entsprechend, also Sterne entsprechend nachzukaufen. Bedeutet, ähm, ihr könnt bis 3. September die Sterne nachkaufen. Vorsicht dabei, wenn ihr Sterne nachkaufen müsst, dass ihr auch in der richtigen Kategorie die Sterne kauft, ja. Also, ihr müsst dann in-game unter eurem Profil, da klickt ihr einfach oben drauf, geht dann, ähm, auf Erfolge und dann steht in dem Fenster links, äh, Operation Summer. Und das ist aufgeteilt in die Tasks für Flieger, für Panzer und, ähm, für Marine. Und da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr dann in den entsprechend, in den entsprechend richtigen Reiter geht und da die Sterne halt eben, ähm, nachkauft, ja. Wenn ihr sie dann halt eben braucht, ja. Äh, also ihr könnt jetzt zum Beispiel nicht nur mit den Panzern die Aufgaben für die Flieger machen oder die Aufgaben für die Schiffe. Genauso gilt es auch umgekehrt. Äh, da müsst ihr dann entsprechend, äh, aufpassen. So, das war jetzt soweit. Erstmal die Info dazu. Wie gesagt, ihr könnt euch das alles selber auch nochmal unten durchlesen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die News wird es mit Sicherheit auch noch bei Zeiten, ähm, auf Deutsch geben. Mein Fazit dazu, wie gesagt, ich mag diese Aufgabenevents wesentlich mehr als die Bau-Events. Ich finde die Fahrzeuge, die es gibt, interessant. Ich glaube, da ist dieses Mal wirklich wieder für jeden was dabei, auch bei den Fliegern und bei den Schiffen. Ich hoffe, ihr konntet mit der Info ein bisschen was anfangen. Lest euch gerne nochmal alles in Ruhe durch. Ist ja doch dann immer relativ viel. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben oder Daumen nach unten, je nachdem. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun. ¶